Was? Mit Leib? Okay. Er legt einmal hier so, in die Seite. Das ist ja gut. Oh, schade. Ich muss aber auch mal rangehen. Ja, jetzt muss ich auch nicht mehr drücken. 14-0. Das ist doch schön, aber... Brauch mal. Ja, ja. Also, es passen sich ja die Sowerber noch den Ball hinter. Und dafür. Weiter wird er mal. Jawoll! Schau. Unterstimmen. Ey! Alter! Also, das... Schieben! Schieben! Nee! Vorsicht, Mann, ich hinter dir! Naja. Naja. Ja, das war doch so. Das war die 89. Spielminute, der Post SV verkürzt auf 1 zu 4, Torschütze, die Nummer 33, Robert Spitzel. Also, zur Zeit ist der Abfall unglaublich, was hier geht. Jawohl! Ja! Ne, Uli. Geil! Jawohl! 5 zu 1. Und in der 90. Spielminute erhöht der DSC auf 5 zu 1. Wunderbar, wunderbar. Wir danken uns auch nochmal bei den Kleinen, die heute mit eingelaufen sind. Und wo ist das Kleinste? Kannst du dir noch ein Freund mitbringen? Geil! 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 Vielen Dank.